So Leute, nachdem der letzte Part mal wieder Überlänge hat, aber ich glaube, in diesem Projekt mache ich gar nicht so mit Überlänge oder so. Es ist einfach nur, so lange wie ein Part dauert, dauert ein Part. Und ich glaube, das wäre am einfachsten, wenn ich es so mache. Weil da, ich glaube, da kommt jeder mit klar. Ja, aber wenn ich die dagegen donnere, was ist die dann? Kann ich mich dagegen donnern? Nö. Und sie? Auch nicht, nö. Okay, gut. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Ne, da oben war ich, ne? Ja, okay, da war ich schon. Mach nochmal, bitte, 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 bitte. Schieß! Du dämmisches Stück Scheiße. Dumme Drecksau. Schieß da einfach nicht, ey. Was ist denn da los? Meine Güte. Gibt's da nicht. Verarschen die mich ja noch, wo ich dabei sitze. Ja, 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 ja. Okay, die habe ich aufgeschlitzt. Und dich auch. Und dich auch. So, haben wir auch geklärt. Ey, die halten sich aber ganz schön hier im Zaum mit ihrem Schießen. Haben sie nur einmal im Jahr bezahlt oder was? So, lass mich in Ruhe. Ich bin schon wieder fast tot. Nur durch das hier hochfliegen. So, speichern. Ich probiere noch einmal. Ja. Aber ist klar, das war dumm. Jetzt möchte ich bitte absichtlich sterben. Danke. Erstmal gucken, was hier oben ist. Gut, da komme ich gar nicht hoch. Das ist gut geklärt zu haben. Aber, ja, wollte ich mal zeigen. Ich will nicht sterben. Das ist alles, was ich will. Okay. Dann speichern wir hier nochmal und gehen hier weiter. Ja, das sieht ja alles hier sehr beruhigend aus. Was ist das? Achso. Okay, ich muss erstmal nach links gehen. Und das erforschen. Kann ich eigentlich mit deiner eigenen Kacke wieder abschießen? Mal, mal, mal. Mal, ich probiere es einfach mal. Nee, nochmal. Das geht. Ist ja richtig assi. Kann ich dich einfach... Kann ich dich einfach... Ich hab noch zwei Herzen. Das ist ja mehr als... Genug wollte ich gerade noch äußern. Aber da war ich schon tot. Meine Fresse. Ich muss irgendwie ein bisschen mehr Schaden machen, ich bin aber sicher. Wenn die Viecher... Werden auch nicht unbedingt schwächer. Ich hab ja noch einen ganzen Lebenspunkt. Komm erst mal nur du. Ja klar, da wartet der einfach einen halben Tag, bis ich mal irgendwie... Komm her. Drecksack. Wo ist die scheiß Eule? Alter, Alter, wie oft soll man denn Y drücken, bis der das mal resigniert? Ja, okay. Haben wir es auch geklärt. So. Alter, guck mal, wie viel mir zum Level ab fehlt. Nach diesem Vieh bin ich Level ab. So. Alter, Auge in Auge. Das sah ja mal geil aus. So. Direkt nochmal speichern. Komm, einfach direkt hier neben. Spiel gespeichert. So. Zwei Punkte. Äh, Moment. Zwei Punkte benutzen für... Ja, eigentlich würde ich das jetzt voll machen für Wasseratmung und die drei. Aber ich glaube, ich nehme erst mal... Durch Geisterflamme. Das ist die ganz normale, ne? Erhört den Schaden und ermöglicht es, sich durch feindliche Formationen zu stoßen. Erhört den durch die Geisterflamme. Wie setzt man das denn ein? Wie setzt man denn ein? Äh, ne, das nicht. Stichflamme, genau. Halt X gedrückt. Äh. Das ist einfach die Geisterflamme, ne? Okay, jetzt sieht es auch cooler aus. So, wieder mehr... Live... Äh, mehr Erfahrung, meine ich. Okay, und das sieht mir schon sehr creepy aus. Die verhüllten Laternen, dieser geheimnisvolle Dunst, dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Äh, okay. Da trifft er mich, ey, ich glaub's nicht. Okay, aber wir sollen einfach hier weiter. Aber warum deckt sich die Karte denn kein Stück auf? Okay, hier sieht es ruhig aus. Äh, danke. Äh, danke. Warum deckt sich die Karte denn kein Stück auf? Ja, bestimmt. Aber sonst ist alles klar. Ich kann damit nicht durch so Dinge, äh, durch... Ja, ja. Entzünden. Ist okay. So. Ich gucke schon mal, um... ...eine Krawatte bürsten, könnt ihr mich. So, jetzt speichere ich hier, weil ich es kann. Ja. Aber... Komm, du sollst mitkommen. Ach, da ist ein Stamm. Wo bist du hin? Ne, da geht's nicht los. Jetzt stirb und haben wir in Ruhe. Mann, Mann, Mann. Ey, Mann. Ey, mein... Boah, wenn ihr jetzt gerade gesehen habt, wie hart ich mit dem Kopf auf den Tisch gehauen hab, ne? Ja, schießt dich da rein. Das ist genau die Idee. Jetzt, meine Güte. Wieso, Mann, Mann, ich will alles anders probieren. Okay, man kann die Attacken relativ gut miteinander verbinden, fällt mir gerade auf. Ja. Okay. Alter, ich hab da Y gedrückt. Willst du mich verabbeln? Ja. Weißt du... Ähm, lol. Ich brech gleich ins Essen. So. Versuch nochmal 2.338.000. Komm, 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 komm. Hm. Ich will ne Karte. Bitte. Auf. Auf. Oh, mein Gott. Jetzt stell ich mich aber auch echt an wie der letzte... Oder der erste Mensch. Wie man's nimmt halt. Ich hab keinen Bock mehr. Ist das eine Scheiße. Meine Fresse. Die Gegner machen aber verdammt. Ich flieg jetzt erstmal einfach hier weiter. Irgendwo hier muss ja so ein Ding kommen für... Kartenfragment. Mist, ich muss da lang. Ist ja scheiße. Was? Hä? Seht das hier nicht eben anders aus? Hä? Das war aber hier ganz schön. Soll das so sein? Ich bin verwirrt. Ähm. Was? Deswegen gibt's auch keine Kackkarte. WTF? Schieß mich bitte nochmal ab. Ach so. Right in the face. Okay. Ich sch... Halt den sabbel. Einmal kurz speichern. Life. Life is life. Okay, das ist ne... Ach so's. Fuck it. Hier gibt's sie also... Hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Okay, also wir müssen da runter. Äh, und wie? Ähm. Okay. Ähm, ja. Ja, gut zu wissen. Schau, ich hatte hier, hätte sich jetzt was verändert. Boots. Hat nicht mal getroffen. Okay. Aber das war ein Headshot. Okay. Boah, mir wird richtig schlecht von diesem ganzen Schunkel hier. Au. Geht's hier hoch? Nein. Okay. Gib, 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 gib. Ja, ich weiß, da oben war was gewesen, aber... Ist das hier was? Ne, auch nicht. Ja, diese Geheimgänge, die keinerlei Sinn ergeben, ist schon... Au. Ja. Aber sonst geht's euch allen Scheiße nochmal gut, oder was? Jetzt muss ich den ganzen Rotz nochmal machen. So, hier, kein Fragment. Und zurück. Hä? Muss ich hier hoch? Nö, da komm ich nicht hoch. Ähm, wo hab ich das jetzt mal gespeichert? Ja, das haben wir alles schon gelesen, Leute. Okay, so, und putz und zurück. Okay, dann war's dann auch gar nicht so lange her, dass ich gespeichert hab. Das ist ein... Ich wollte speichern. Headshot. Ich hab doch Y gedrückt, verarsch mich doch nicht. Einfach nein. Nimm's hin. Ja, nichts. Okay. Komm schon! Geht drauf! Ich will nicht sterben. Gut, dann holen wir uns mal... Warte, wir speichern erst und holen uns das dann, aber... Oh, hoffle, lol. Danke. Ich bin unten, endlich. Oh, wieder so ein Ding. Ups, wir waren ein bisschen hoch. Oh, mein Gott, äh... Komm, schieß! Hallo! Schieß nochmal! So... Was ist das denn? Oh, mein Gott! Basti, jetzt speicher gleich, wenn du unten bist. So, speichern. Alter, jetzt! Ich drücke diesen Sprung und der macht dann einfach nicht. Ja, ja, ja. Ich könnte brechen! Ich könnte brechen! So. Wir wissen, was da oben ist! Tot? Tot! Wir wissen, was hier... ... oben ist. Sehr schön. Cool, Level Up! Cool, Level Up! Cool, Level Up! Cool, Level Up! So. Ich werde ein bisschen stiller, weil es schwerer wird, muss ich ehrlich zugeben. Ähm... Die sind ja assi. Okay, denke ich, jetzt in die Richtung. Hey, wieder eine neue Fähigkeit! Geil! Tatsu ent... Er klomm immer die Berge hoch über dem Trauerpass. Trauerpass, doch. Als die Fackel ihres Bruders erlosch wurde, sie Opfer des Nebels und verlief sich. Her mit der neuen Fähigkeit, Mann! Du kannst das... Du hast das Klettern erlernt? Was? Ja... Das ist doch... Fast dasselbe, wie ich vorher auch konnte. Über die Oberfläche zu laufen? Okay, cool. Also, ich kann jetzt klettern, aber was bringt mir das? Kann ich auch über sowas einfach über Dorn jetzt klettern? Ne, ne? Denk ich mal nicht. Gut, wir... Ups! Tschuldigung, Bro! Was?! Wie und wer ist das denn? Das ist einfach weggegangen! Ja, was bringt es mir denn hier zum Beispiel zu klettern? Ich kann jetzt RT drücken und dann nach oben und dann klettere ich. Aber ich kann ja immer noch keine Schrägen hochklettern. Ey, das ist so unfair! Wie mache ich das denn, dass das... Wie, hä? Ach so! Ah, wenn ich springe, 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 immer wenn ich springe, wechselt das. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Das heißt, wenn ich jetzt springe? Das heißt, wenn ich doppelt... Okay, das macht... Das wäre ich jetzt... Moment... Dann könnte ich mich darauf fest... Okay, gut! So, für die nächste Spielsession wisst du da Bescheid! Oh, wir haben schon fast alle Fähigkeiten! Geil! Jetzt fehlt nur noch eine! Das ist dieser Supersprung, denke ich mal. Also, er sieht auf jeden Fall aus. Wir haben 61%! In vier Stunden! Mann, bin ich schlecht! Ich kenne andere, die haben das in der Zeit durchgespielt, das Spiel. Aber ich will es ja gar nicht so schnell durchrushen. Ich finde es echt geil! Das Spiel macht mega Spaß! Es wird zwar immer schwerer, muss man auch ehrlich dazu sagen. Aber es ist geil! Es ist immer noch mega, mega geil! So, Leute! Hallo, Rein! Ich danke euch fürs Zusehen... Fürs Zusehen... Fürs Zusehen... Äh... Und... Tschoss!